Davor kommen wir erstmal zu einem Ritual, was es jeden Mittwoch bei On3 Südwild gibt. Denn immer mittwochs schalten wir nach München ins Funkhaus, ins On3-Studio, um dort bayerische Newcomer-Musik kennenzulernen. Das ist dann immer die bayerische Band der Woche und auch diesen Mittwoch steht wieder eine bayerische Band der Woche im On3-Studio bei der Christina. Hallo nach München, hallo Christina. Hallo nach Weilheim, hallo Sandra, hallo Andi. Heute gibt es wieder eine bayerische Band der Woche, die steht hinter mir schon. Das sind The Green Apple Sea und die On3-Musikredaktion, das darf ich jetzt ganz kurz mal erzählen, ist völlig verstört immer noch, dass das eine bayerische Band ist. Wir wissen, dass es tolle Bands in Bayern gibt, aber dass es so wunderschönen Country-Folk-Amerikaner, wie auch immer, dass es sowas aus Nürnberg gibt, das konnten wir doch zuerst mal gar nicht glauben. Und jetzt hören wir sie aber live und hinterher reden wir auf Deutsch, um zu überprüfen, dass sie wirklich aus Nürnberg kommen. Das sind The Green Apple Sea mit Nightmares. Das sind The Green Apple Sea mit Nightmares Das sind The Green Apple Sea mit Nightmares Das sind The Green Apple Sea mit Nightmares. Das sind The Green Apple Sea mit Nightmares. Das sind The Green Apple Sea mit Nightmares. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist sowas gab es in Bayern irgendwie, zumindest habe ich das nicht so wirklich wahrgenommen in den letzten Jahren. Fühlt ihr euch denn in Nürnberg jetzt endlich nicht mehr als Exoten, als eine Folk-Country-Band? Fühlst du dich als Exot, Lena? Ja, total. Ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt spontan keine anderen Nürnberger Folk-Country-Bands, oder? Ja, also bei uns war so, unsere erste Platte kam im Jahr 2000 raus. Und damals waren wir tatsächlich sowas wie Exoten, weil irgendwie, ich weiß noch ganz genau, das sind allen Zeitschriften, Specs und Intro und wie sie alle heißen, war so die Akustik-Gitarre total verschrien. Das war so Lagerfeuer-Romantik. Das war ganz schlimm, das ging gar nicht. Und dann, als wir uns, wir haben dann viel getourt, haben dann eine Pause gemacht, haben die zweite Platte dann 2007 gemacht. Und davor war unser Publikum, das waren immer nur alte Männer mit Bärten, so Studienräte, die halt irgendwie sich dann doch noch die, ne? Und mittlerweile ist es so, dass das ganz junge Leute sind, so mit Seitenscheitel und Umhängetasche. Aber auch mit Bart? Mittlerweile dann auch mit Bart. Was wir gemerkt haben, ist, dass wenn wir Bärte tragen selber, verkaufen wir viel mehr CDs als wenn nicht. Das war sehr interessant. Das war ziemlich schwierig für mich. Ich wollte jetzt gerade total kritisch nachhaken, Lena, wie du das dann machst. Tatsächlich, das Phänomen, glaube ich, blind. Ja, also leider kratzt das immer so, deswegen muss man das alles wieder runter machen, aber... Ich überlege, was das Äquivalent für dich dann wäre. Offene Haare. Ungewaschene, offene Haare. Ungewaschene, offene Haare. Lena, trägst du eigentlich Kleide? Ich trage, nee, nee, sowas. Also das Typische für uns wäre jetzt quasi, wenn wir alle Bärte haben und Lena in so einem 50s, 60s mit so Ornamentenkleid und so. Aber also so sind wir dann doch nicht. Wir sind dann, treten dann, also vielleicht ist das das Problem. Vielleicht sollten wir das mal machen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich finde euch gut, wie ihr es macht. Danke. Fast glatt rasiert und mit gewaschenen Haaren. Unsere Bayerische Winterwoche. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. The Green App is sie. Und wir gehen zurück zum Bus. Danke, Christina. Danke nach München. Wir sind also wieder zurück in Weilheim auf dem Kirchblatt von Wohaus 4 die ganze Woche über.